Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeigen wir euch den Rolltop Rucksack von Inetek. Viel Spaß mit diesem Video. Der Rucksack wurde uns für dieses Video von der Firma Inetek zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Unsere Meinung ist wie immer unsere eigene. Wenn du auf der Suche nach einem praktischen und stylischen Rucksack für deinen Alltag bist, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video möchten wir dir zeigen, warum der Inetek Rolltop Rucksack der ultimative Tagesrucksack für dich ist. Egal ob für den Job, Freizeit, Sport oder Reisen, dieser Rucksack bietet alles was du brauchst. Mit dem 17 Zoll Laptop verhast du zudem dein MacBook und iPad immer sicher und griffbereit dabei. Wir werden uns jetzt die Funktionen und Vorteile des Inetek Rolltop im Detail ansehen. Let's go! Der Inetek Rolltop Rucksack ist ein stylischer Tagesrucksack mit einer Kapazität von 25 bis 30 Litern. Er ist für viele Aktivitäten zum Beispiel als Begleiter bei der Uni oder in deiner Freizeit, bei deinem Job, auf Reisen und zum Sport geeignet. Durch das praktische Rolltop System ist er einfach zu öffnen und zu schließen und sorgt für eine sichere Aufbewahrung deiner Gegenstände. Das wasserabweisende und strapazierfähige Material bietet Schutz vor Nässe und Stößen. Mit dem 17 Zoll Laptop Fach kannst du dein Notebook sicher und geschützt transportieren. Es gibt auch ein separates Fach für dein Tablet oder andere persönliche Gegenstände. Der verstellbare Schultergurt und die gepolsterte Rückenpartie sorgen für angenehmes Tragen, auch wenn der Rucksack voll beladen ist. Der Inetek Rolltop Rucksack verfügt über viele Staufächer und Innentaschen, die genug Platz für all deine Dinge bieten. Es gibt ein Hauptfach, das mit dem Rolltop System geöffnet und geschlossen wird, sowie ein separates Laptop Fach, in dem dein MacBook oder iPad sicher und geschützt transportiert werden kann. Das Laptop Fach ist mit einem weichen Futter und einer zusätzlichen Polsterung ausgestattet, um dein Laptop vor Stößen und Kratzern zu schützen. Eine weitere nützliche Funktion des Inetek Rolltop ist die Kabeldurchführung auf der Seite des Rucksacks. Diese ermöglicht es dir dein Smartphone oder andere Geräte aufzuladen oder Musik zu hören, während sie sicher im Rucksack verstaut sind. Du kannst das Kabel für dein Ladegerät oder dein Kopfhörer einfach durch die Öffnung führen und es mit einer Powerbank oder deinem Smartphone verbinden. Dies ist besonders praktisch für Leute, die viel unterwegs sind und ihre Geräte jederzeit einsatzbereit haben müssen. Mit dem Inetek Rolltop Rucksack kannst du sicherstellen, dass deine Geräte immer aufgeladen sind und dass du deine Musik genießen kannst, ohne dass du sie ständig aus dem Rucksack nehmen musst. Der Rucksack ist nicht nur funktional und praktisch, sondern auch von hoher Qualität. Er besteht aus wasserabweisendem Polyester und hat einen strapazierfähigen Boden, der zusätzlichen Schutz bietet. Der Rucksack hat auch einen verstärkten Griff an der Oberseite, der ein einfaches Tragen ermöglicht. Die Reißverschlüsse sind robust und langlebig, um ein sicheres Schließen und Öffnen zu gewährleisten. Kommen wir zu unserem Fazit. Der Rucksack ist bequem und leicht zu tragen, auch wenn er voll beladen ist. Das Rolltop-System ist einfach zu bedienen und bietet genug Platz für alles, was du brauchst. Das Laptop-Fach ist besonders praktisch für Leute, die ihr Notebook und das Tablet oft mitnehmen müssen. Insgesamt ist der Inetek Rolltop ein sehr guter Tagesrucksack für jeden Anlass. Er ist funktional, stylisch und von hoher Qualität. Wenn du auf der Suche nach einem zuverlässigen Rucksack bist, der all deine Bedürfnisse erfüllt, dann solltest du den Inetek Rolltop-Rucksack definitiv in Betracht ziehen. Uns hat das Testen viel Spaß gemacht und wir können den Rucksack von Inetek auf jeden Fall weiterempfehlen. Was denkt ihr über den Rucksack? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir verlinken euch den Rolltop selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen. Ciao!